Hi liebe Dominos-Freunde, es ist soweit. Unsere neue Aktion geht endlich los und ich zeige euch das mal. Guckt euch das an in aller Ruhe. Unsere Fans-Favorites-Aktion mit der Pizza Pfifferli, mit frischen Pfifferlingen drauf und Soße Hollandaise. Ihr werdet sterben vor Freude, wenn ihr sie esst. Und unsere Cheese Love Pizza mit extra viel Mozzarella und dem Cheesy Crust und Knoblauchöl. Und zu guter Letzt haben wir noch die Garlic Gyros. Da werdet ihr auspflitten mit Gyros-Fleisch, roten Zwiebeln und Tzatziki verfeinert. Also besser kann man in den Juli- und in die Sommerferien nicht starten. Viel Spaß beim Bestellen auf dominos.de. Wir freuen uns auf euch.